Die Anlängerarbeitsbühne GA18G ist mit einem Diesel- und einem emissionsfreien Elektroantrieb ausgestattet. Mit dem Rangierfahrantrieb erreicht die Arbeitsbühne mühelos ihren Einsatzort, wo sie schnell aufgestellt und einsatzbereit ist. Die GA18G erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 18,05 Meter und eine maximale seitliche Reichweite von 11,10 Meter. Der Arbeitskorb ist in beide Richtungen verdrehbar und hat eine maximale Korblast von 215 Kilogramm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017